Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video die Zielgruppe, Alternativen und die 60-Sekunden-Review vom Honor 6 Plus. Ja, das Honor 6 Plus habe ich jetzt sage und schreibe seit Mitte Juni im Test. Das liegt einfach daran, dass ich gerne auf das Android 5 Update warten wollte, bevor ich das hier reviewe. Und jetzt ist es endlich soweit, das Update wurde verteilt und damit kommt natürlich auch die Review. Das Unboxing habe ich schon gedreht, da das jetzt relativ alt ist, verlinke ich euch mal oben das Unboxing dazu. Ja, zunächst einmal gibt es jetzt die 60-Sekunden-Review. Viel Spaß! Das Honor 6 Plus ist ein 5,5 großes, sehr iPhone-ähnliches Dual-SIM-Smartphone mit zwei Kameras, wodurch ihr außergewöhnliche Fotos mit einer schönen Tiefenschärfe erstellen könnt. Außerdem hat es einen 3600 mAh Akku, der es locker durch einen Tag bringt. Angegeben sind auf der Produktseite 9 Stunden, die ich auf jeden Fall bestätigen kann. Bei normaler Benutzung mit mittlerer Helligkeit habt ihr aber auch die Möglichkeit, ohne nächtliches Laden den nächsten Tag zu überstehen. Dazu kommt noch ein LTE-SIM-Slot und ein kombinierter SIM- bzw. MicroSD-Slot, der bis zu 128 GB Karten verschluckt. Betrieben wird es von dem fast aktuellen Android 5 mit einem Cortex-A15-Prozessor, der 8x1,7 GHz hat, 3 GB RAM und entweder 16 oder 32 GB Speicherplatz. Achso, und bevor ich es vergesse, das Display hat eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080p, was es zu einer PPI von sage und schreibe 400 bringt. Außerdem auffällig und erwähnenswert ist die wirklich knackige Farbdarstellung und die gute Helligkeit. Alles in allem ein wirklich schnelles High-End-Smartphone für solide 350 bzw. 400 Euro. Gut, als nächstes habe ich mir überlegt, was hat das Honor 6 Plus wohl für eine Zielgruppe? Und ich bin darauf gekommen, dass das Honor 6 Plus auf jeden Fall für Leute ist, die eine einfache Bedienung wünschen, da das Gerät nicht mit Stock Android, sondern mit der Emui-Oberfläche kommt. Diese hat keinen App-Launcher. Ihr habt eher so eine Art Homescreen wie beim iPhone, wo alle Apps angezeigt werden. Ihr könnt zwar die Reihenfolge ändern und euch eine Home-Seite aussuchen, allerdings habt ihr immer alle installierten Apps dort angezeigt. Außerdem ist es dadurch, dass es ein Android-Gerät ist, natürlich sehr für Leute geeignet, die mit ihrem Gerät viel rumspielen möchten und es ist für Leute geeignet, die eine sehr große Hand haben, da ihr, wenn ihr kleiner seid, auch einfach die Alternative, und zwar das Honor 6, benutzen könntet. Das Honor 6 Plus hingegen kommt mit 5,5 Zoll daher und ist genauso groß wie das iPhone 6 Plus bzw. 6S Plus. Also, falls ihr euch ein Bild davon machen wollt und das Ganze nicht in eurem Saturnmarkt findet, könnt ihr euch auch einfach ein iPhone 6 Plus nehmen und dieses Mal ausprobieren. Gut, was gibt es für Alternativen? Neben einem Honor 6 und einem iPhone kann ich euch auch noch Geräte von Huawei selber und Honor empfehlen, da diese Geräte sehr ähnlich gebaut sind und dort werdet ihr dann auch eure Alternative für euch finden. Gut, das war es dann auch schon von dem ersten Video zum Honor 6. Nächste Woche wird es weitergehen mit den 10 positiven Dingen, die mir an dem Gerät aufgefallen sind und wenn es euch gefallen hat, wie dieses Video aufgebaut war, dann gebt doch mal gerne ein Like und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao! 5-4 BATT 4-5 BEdu 6-5 B Ä OL Vielen Dank.